So, jetzt nehmen wir nämlich die Special Muni, die leuchtet auch, okay. Das sieht man so geil. Das ist echt nice gemacht eigentlich, sehr nice. Das ist so ein Spiel, was ich sehr geil finde, so mit Nachladen, so wie Condemned. Das ist eigentlich noch sehr nice. Wo du gucken musst mit Muni und... Ja, ja, das finde ich schon geil. Finde ich sehr, sehr nice. Nicey, nice, nice, nice. Wir nehmen aber erstmal die Dings... Ja, wusste ich doch, dass du das dabei hast. Komm. Kann man nicht hier rein? Aha. Wie sieht's mit meiner... Am System alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dosen nicht berühren. Ich berühre dich gleich. Ja. Gleich bin ich für dich da. Was ist da? Nix. Okay. Was gibt's hier noch hinten? Ich bin so ein Typ, der gerne halt guckt, was es noch so schönes gibt. Damit bin ich immer richtig gefahren, Leute. Sorry, aber hört mit. Und ich kenne das Spiel ja noch nicht. Deswegen... Das ist mal Licht aus. Muni. Ob da eine Drahtschlinge ausgezeichnet, um blinde und wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst. Was ist das denn? Ist doch eine Waffe, oder nicht? Achso, die ist die Muni, da ist. Alles mitnehmen, alles mitnehmen, Jungs. Messer hab ich jetzt auch. Wie soll ich denn da... Ach. Okay. Oh, was hab ich da jetzt mit? Von der Muni hier, oder was? Oder hab ich die entschärft? Ich will's gar nicht probieren. Ruhe, wir haben Gäste. Verstecke dich in dieser Ecke und sieh zu, wie Onkel Bourbon arbeitet. Okay. Dann wollen wir mal ein bisschen schleichen. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Nimm das Messer als Trophäe und komm. Schnell. Oh, ne. Sie haben sich verbarrikadiert. Verdammt, wir müssen näher ran. Kannst du die Patrouille erledigen? Fuck. Scheiße. Scheiße, man muss ja auf Sound achten. Bam, Junge. Schlitz. Jetzt hab ich natürlich ganz mehr. Das ist mein normales Messer. Also okay, alles klar. Ich verstehe. Fuck, 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 Leute. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Wieso lädt sie, äh, wieso? Oh, was? Ich brauche Licht. Oder ich lasse erst mal Licht. Stirb, Junge. Ja, du bist verletzt gleich. Boah, fuck. Komm her. Wir haben hier einen verdammten Totten. Totten? Wann mal, ich hab doch ne... Wir haben Vernehmung. Wuhu. Heiß. Achtung. Jungs, das müsste doch die Schwarzen so hart anlocken. Aua, aua, aua. Die sind nicht schlecht, die Wichser. Wie, konnte man nochmal Medi-Pack nehmen? Ah, auf Kuh, okay. Ah, Wichser, stirb, Junge. Die sind schon auf jeden Fall brutal, sind die. Nicht schlecht. Ich wollte eigentlich sneaky vorgehen. Der Rückstoß und so ist voll geil. Was hältst du denn alles aus, Junge? Na, komm her. Dich zerlege ich auch noch. Alter, was trifft denn der? Ja, komm her. Oh, du stirbst. Ja, oh, oh, oh. Ich hielt recht. Ich glaub, das war's. Oh, fuck. Hier ist ja nochmal Falle. So, davon hab ich ja die Dings, ne? Okay. Das hab ich, das hab ich, das hab ich, das hab ich, das hab ich. Oh. Oh, Moni. Was ist das? Was ist das? Kann ich die... Nee. Ach du Scheiße, sie haben, äh, vorbefunden, nutzen sie elektrische Ladung, um hohe Möglichkeit abzufeiern, ähnliche Laufung, müssen wir, ähnliche Laufung sein. So, aber die ist gut, aber ich will meine Schottie haben. Weiß nicht, die ist immer noch am besten. Ich weiß nicht, was passiert. So. Krieg ich da mein Messer eigentlich wieder? Nur mal so, by the way. Nach dem Sounds ist schon geiler gemacht, muss ich sagen. Hm. Krass. Was setzt das jetzt aus? Nix? Okay. So. Dann gehen wir mal weiter, gleich, ne? Da ist unser Kollege. Gibt's hier noch was? Ne. Ein bisschen nochmal Luftpumpen hier. So. Das nehmen wir mit. Gibt's nix mehr? Ja. Ah, 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 ah. Ich hab nämlich Ducken ein und aus. Ich kann einmal mit 10 nur so. Scheiße! Wir verlieren! Mit 10 nur einmal so ducken. Wir haben verletzte! Und mit Y kann ich so ducken. Kann ich nicht so schnell reagieren. Ich muss das wahrscheinlich noch umstellen. Zeig doch mal deinen Scheiß hierhin, Junge. Na komm. Trifft die Waffe nicht, oder was ist da los? Nehme ich halt die, ist mir auch egal. Na komm, zeig doch ein Scheiß, wer ist. Geht doch. Das heißt bei dir nix. Ist ja feindlich. Kommt davon, wenn man sich mit Atiom anmeldet. Anlegt. Nicht anmeldet. Aber es... Hätten wir auch alles ohne Muni machen können. Das nächste Mal mache ich das alles ohne Muni. So. Alles klar. Die Brücke. Unser blutiges Gemetzel mit den Banditen war vorüber. Mit Monstern und Mutanten hatte ich gerechnet. Aber wie viele weitere Mitmenschen werden noch versuchen, mich zu töten, bevor ich die Polis erreiche? Hm. Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung getötet zu werden. Erstmal Licht aus. So. Ja, da hast du die Dose belötet. Und jetzt? Was soll ich noch? Cool. Grüeber, Springos! Da gehst du mal das Guff. So, auf Tee konnte man das ja. Wir sind... Komm, John, ich bin hier, ihr Scheiße! Was ist los mit dir? Die kommt doch auch von hinten, wirklich. Ja, das ist doch schon einer. So, ist das. Ich weiß nur nicht mehr, wo man die Gasmaske wechselt auf G. Nee, auf Tee konnte man ja gucken, ne? Ich glaube, das steht ja nochmal irgendwo. Drüben. Alter. Hab ich mich gerade erschrocken, Alter. Wo ist mein Kollege? Da ist mein Kollege, okay. Ich komme! Keine Angst. Hast du wohl nie irgendwas dabei? Okay. Ich würde das Licht ausmachen. Okay, sie sind jetzt weg. Wir können gehen. Okay, das war wieder ein Zeichen, glaube ich, für das gute Ende. Wieso gibt's die schwarze überhaupt? Verstehe ich nicht. Spezial-Money will ich dafür nicht verwenden. Ehrlich gesagt. Ah, guck dir's an. Ich nehme erstmal die Pizzle hier. Aha, ein Koffer? Nee, auch kein Wasser, Koffer. Wow, das war für eine Fahrt. Warte mal, Leute, ich guck mal grad, wo man die... Tastatur, Bewegung, Waffengepäck, Licht, Gasmaske, Journal, Medipack, Nachtsicht, Zeit. Waffen, Pistole, Gewehr, Nächste, Ziele, Nachladen, Bewegung, dürfte klar sein, oder kriechen, springen, sprint, hocken, umschalten, mache ich mal auf C, springen, sprinten, ja. Gepäck, RG, Spiel, Benutzer, E, wow. Und wo steht jetzt, wo man die benutzen kann, also wechseln kann? Oder setzt er sich dann eine neue auf? So, was haben wir hier? Hm. Jetzt habe ich auf einmal sieben Stücke. Was ist immer das? Stirb, hat sie stirbt. Komm, lauf, Kollege. Da unten kann man rein. Da kommt doch einer. Pam. In ihr Hirngeschießt. So macht man das. Also schieb mich doch nicht runter. Da ist ein Totenschädt, der Lä. Pam. Kann ich hier rum und irgendwo drauf? Geht das nicht? So. Ich will da aber drauf. Ah, da ist ja noch einer. Noch sonst was? Nee. Okay, das war's. Ich komme.